Willkommen zurück zu Vampire Stone 2 Everlasting Blood, einem Spiel, das euer Let's Wear Retro schon extrem lange nicht mehr gespielt hat, aber euer DSD Steve schon. Und deswegen wird der mal ganz kurz erklären, was eigentlich gerade Sache ist. Ja, ähm, hallöchen lassen wir Leute. Diesmal schreie ich doch nicht am Anfang. Ähm, drückst du mal Escape? Ja, wir wollen ja aus dem Spiel flüchten. Genau, ähm, und zwar, ich habe, kannst ja auf Ausrüstung gehen. Achso, also du hast das Menü entschlackt oder auch nicht? Ich habe, ich habe ein bisschen, genau, also erstmal hier, ich habe erstmal uns eine Titan-Rüstung ausgerüstet, die wir rumliegen hatten, wir haben ja nämlich gar keine Rüstung getragen. Ja, was soll ich denn weinen auch mit einer Rüstung? Ja, ähm, außerdem hat er irgendwie noch einen Stoffhelm oder sowas aufgehabt, ich habe mal den Helm der Sicht ihm gegeben. Also diesen Lederhelm hat er irgendwie noch aufgehabt. Ich sehe hier keinen Stoffhelm mehr im Inventar, hast du den schon gekauft? Ne, den Lederhelm hat er aufgehabt. Toran, oh, ich glaube das hatten wir schon vorher, oder? Ja, ja, genau. Ähm, ansonsten habe ich dort eigentlich nichts mehr gemacht. Ich habe ein bisschen das Inventar, ein paar Sachen verkauft. Ich habe mal jetzt ein bisschen mehr Gold. Ähm, und interessant ist, ja, wir können hier am Schloss lieber ein Tiergegenstände kaufen. Sie haben jetzt 50.000 Filah, wir hatten vor, glaube ich, so 30.000 oder so gehabt. Wir können die einfach so kaufen, dann sind es vielleicht die besten Gegenstände im Spiel oder so? Also wir können sie halt einfach kaufen. Ähm, ich sage mal so, ich weiß nicht, wir können ja zeigen, wo wir sie kaufen können, aber ich denke, wir müssen sie noch nicht kaufen, weil wir müssen ja gerade 100.000 Filah sammeln. Deswegen, du siehst dich ja bei den Kampfkriegenständen alle verkauft und außer mit der nützlichen. Äh, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob du überhaupt irgendwas verkauft hast. Ja, ich habe was verkauft, glaub mir. Ja, krass, also das Inventar ist immer noch genau so voll. Ja, es ist immer noch voll, genau. Okay, dann sag uns doch mal am besten, wo wir hier das coole Equipment finden. Geh mal eine Etage runter. Und dann gehst du nach links und dann nach oben. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die ganzen Truhen und so weiter hier alle schon gehört hast. Ja, und dann nach rechts. Geh nach rechts? Ja, und nach oben, da ist irgendwie eine Frau irgendwo, mit der ich spreche. Genau, ja. Hallo ihr! Wir haben etwas Neues für euch. Zusammen mit diesen Leuten. Die sich die Kinder der Apokalypse nennen. Konnten wir euch einige tolle Dinge machen. Zum Beispiel Vampirkrallen, die kosten nur 8000 Feeler. Genau, genau, genau. Wollen wir uns was davon holen? Also ich dachte mal erstmal noch nicht, weil wir machen jetzt einen Dungeon, der Level 50 braucht. Wir sind in Level 90. Und danach einen Dungeon, der wir in Level 55 brauchen. Also so gesehen hast du recht. Wir sind eigentlich kurz vor Max-Level. Und bis wir das Equipment brauchen werden, wird es an und für sich eigentlich noch dauern. Also die Sache ist... Richtig. 8000 sind eigentlich auch recht humane Preise. Also ich meine, dafür bekommen wir aktuell irgendwie noch 6 Söldner oder so. Sind Romanen, aber wir brauchen ja gleichzeitig aber auch, das hast du nicht ganz vergessen. Ich muss natürlich sagen, dass ich die Vampirrüstung eigentlich recht interessant finde mit dem Schutz vor Blutung. Weil Schutz... Also Bluten läuft schon ziemlich rum. Oh, Schutz vor Gift ist auch gut. Schutz vor Wirt. Ja, also die Sache ist halt so, wir brauchen halt noch diese 100.000 Fehler, deswegen würde ich, da wir es einfach noch nicht brauchen... Du hast absolut recht, du hast absolut recht. Jetzt noch drauf verzichten. Falls es nervig wird, können wir hier aber jetzt jederzeit uns aufstocken. Okay. Du kannst jetzt nach links gehen und mal nach oben bitte. Ah ne, da kommt runter, stimmt. Also nach unten. Also nach oben. Okay. Nach oben, nein, nach oben, nach oben, nach oben. Nein, nein, da gehst du runter. Du bist der Meister der Verwirrung, okay? Ja, ja, genau. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob die Zuschauer und diesen Part noch irgendwas Sinnvolles zu sehen bekommen, außer dass wir irgendwie durch das Schloss... Gehst du mal nach rechts in diesen Bruchstücken? Es ist mir doch nicht super aufgefallen, ich denke mal, es ist im Original auch schon so, fällt dir der Grafikglitch auf? Also ich sehe auf jeden Fall, dass dieses Bruchstück hier wesentlich hellgrüner ist als die anderen. Ja, das ist richtig, das stimmt, aber ich meine noch was anderes, was offensichtlicheres. Es ist so offensichtlich, dass es sich mir nicht... Es sei denn, du hast eine rot-grün-Schwäche, dann siehst du es nicht. Ach du meinst, da hinten rechts, bei dem roten Kopf, oder was? Nein, nein, nach den Bruchstücken. Wenn du eine rot-grün-Schwäche denkst... Ach so, stimmt, die hier unten haben so ein Blut runterlaufen. Ja, das war mir ganz komisch. Ich denke mal, das soll Absicht sein, weil die sind so evil, dass da Blut runterläuft. Okay, dann sieht es eher nach Pixel-Filler aus, aber ist ja egal. Ja, es tut mir leid, Steve, du weißt, wie gesagt, das offensichtlich übersehe ich schnell... Nein, ich habe keine rot-grün-Schwäche, das wurde jetzt gerade offenbar bewiesen. Ich habe mich jetzt aber trotzdem gefragt, was zum Teufel aber was ist das? Nicht offensichtlich genug, um mir direkt ins Auge zu fallen. Hier ist es ja auch voll nicht ins Auge gefallen, mir ist es wirklich nur vorhin durch Zufall, habe ich es gesehen. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in das Schloss, was wir machen können. Wir haben das schon besucht. Du musst einfach mal den Zuflucht-Sauber benutzen, oder? Genau, glaube ich, glaube ja. Gespeicherte Ort, wir werden es ja einfach sehen. Wir sind in irgendeinem Random-Wall. Nein, denn war es das wohl leider nicht. Schiff! Na gut, alles klar, wir haben Zuflucht benutzt und es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir sind wieder auf dem Schiff und zu welcher Schlossburg? Das ist eine gute Frage. Und zwar das Schloss, wo wir beim letzten Mal gewesen sind. Genau. Okay, gut. Dann schauen wir einfach nochmal im Menü nach. Umständlicher geht es zwar nicht, aber na gut. Oh mein Gott, das hätten wir hier nicht machen sollen, weil ihr seht schon, Grafik-Glitches überall. Aber gut, dass wir denen nochmal gezeigt haben. Schloss Zaras war das, ne? Genau, genau. Es dürfte, glaube ich, ein Layer-Problem sein, sozusagen. Ja, das werden wir wahrscheinlich bei der Karte immer noch haben. Ja. So, Schloss Zaras. War auf jeden Fall eine gute Idee, sich das ausgerechnet hier anzugucken. Ja, auf jeden Fall. Welcher Farbe sind... Ach, die sind rot markiert, ne? Oh mein Gott, oh mein Gott, ich muss ja mal was. Ja, da unten rechts und rechts was. Oh mein Gott, holy fuck. Ich bin kurz vor einem epileptischen Anfall. Leute, wenn ihr auch kurz vor einem epileptischen Anfall seid, dann gebt diesem Bart einen Daumen nach oben. Boah, gut, dass das irgendjemand klingt. Und falls ihr einen bekommen habt, die Glocke aktivieren. Und für gut befunden. So, also jetzt nochmal, als Zaras suchen wir. Rechts. Ah ja, genau, rechts und rechts. Oh Gott. Also nach oben fliegen. Boah, der ist auf jeden Fall gerade wirklich leicht schwindelig, muss ich sagen. Ja, wirklich sehr gut gemacht. Dankeschön, Facebook, zur Erhöhung meiner Lebensqualität. Und jetzt wollen wir natürlich eure Lebensqualität erhöhen, indem wir wirklich etwas Sinnvolles machen, und zwar Gegner wegklatschen und einen Dungeon eligen. Genau. Eligen natürlich, wir eligen keine Dungeons. Außer Steve, der legt auch Dungeons. Das war nämlich diesen Dungeon, den wir so cool erobert haben, wo wir immer wieder gestoppt wurden. Wir mussten wohl noch gleich hin. Ähm, haben wir das Schloss, also soll ich schon gelootet? Ja, haben wir. Okay, super. Jetzt geht's mal davon aus. Gehen wir mal nach oben? Nach oben? Achso, wir müssen wahrscheinlich oben irgendein... Nee, 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 hier rechts runter. Ja, hier, ja, das sieht gut aus. Gehen wir nach oben. Ich verstehe nicht, warum. Ah, die Nürre hat sich vorbei. Danke. Die Wachen sind absolut unnötig, denn niemand kann da durchgehen. Ja. Warum sollte hier irgendjemand Wachen postieren? Unser gelber Schüssel leuchtet. Gelb. Ich muss noch kurz dazu sagen, und ich weiß, ich hab's euch schon 10.000 Mal gesagt, aber ich liebe dieses Chipset. Und der Weg ist frei. Holen wir uns das Vorstück. Hm, das ist wahrscheinlich aus Chrono Trigger geklaut. Ja, ja, es ist... Ich liebe dieses... Ich find das von den Farben her so cool. Ich weiß auch nicht. Alter, was sind denn das denn für komische Gegner? Siehst du das in dem Wächster? Gab's doch nicht im Original. Aber den wächst da oben irgendwie ein Penis statt einem zweiten Kopf, oder? Oder? Das sieht wirklich sehr phallusartig aus. Ähm, das ist halt... Leute, schreibt mal was in die Kommentare dazu. Ach ja, im Übrigen, da ihr in den Kommentaren sehr, sehr fleißig seid, wir werden irgendwann eines Tages noch Magie lernen. Macht euch darüber gar keine Gedanken. Aber erst, wenn wir es wirklich absolut notwendig haben. Denn momentan wäre das einfach nur reine Ressourcenverschwendung. Oder sollen wir irgendwelche Zauber lernen, wenn wir... Ich weiß nicht, also... Gibt's irgendwelche coolen Zauber, die uns irgendwie Geld erschaffen oder so zum Beispiel? Weil den sollen wir dann vielleicht sogar lernen, klar. Aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht so wirklich, was wir aktuell mit Zaubern machen sollen. So, was kann man jetzt alles Tolles looten? Aber, und lass uns warte kurz... Gehst du mal kurz in diesen Raum mit nach oben? Gehen wir nach oben? Ich möchte dir hier das Vampire Storm 3 Problem... Hier, bleib mal... Gehen wir nach unten? Bleib mal damit bei der Säule stehen. Geh mal nach unten zur Säule. Ja, bestimmt. So, hier. Hier, weil ich verstehe. Hier sieht man wunderbar das Vampire Storm 3 Mapping Problem. Die Objekte wurden wahllos Sinn gestellt. Nein, 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 Steve. Das ergibt alles Sinn. Guck mal, das ist reine Symmetrie. Die Frage ist halt nur, warum sollte jemand hier diese eisernen Jungfrauen testen? Ja, genau. Das ergibt gar keinen Sinn. So wie Menschen im Flur. Genau, warum? Es ergibt gar keinen Sinn. Und das Problem, die Sache ist halt so. Malix hat dazu aber nie dazugelernt. Er mappt so halt immer noch. Du meinst in Vampire Storm 3 The Cruisin' Realm? Richtig. Guck mal, aus dem Geheimgang kam ein Monster raus. So, geschafft. Mäh. Wasser des Lebens erhalten. Feuersphäre, Vampire Storm 3 erhalten. Wow, 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 wow. Wo kommen denn die Gegner? Er pissen Sie her. Ja, im Geheimgang. Das finde ich immer richtig cool. Selbst wenn wir den Geheimgang nicht sehen würden, spätestens jetzt, müssen wir uns auf jeden Fall fragen. What the fuck? Wenn du das Spiel nicht kennen würdest, würdest du denken, dass der Gegner irgendwie aus dem Licht heraus aufgeglitcht ist? Ja, nee, es ist so geswawnden, ob die Truhe gefällt haben oder so, ne? Also in den 90er Jahren hätte man das Spiel nicht so designt. Das Krasse ist, wir sind 40 Level über den Gegner. 40 Level und wir müssen trotzdem so extrem lange zwischen den Runden sozusagen warten, ne? Und deswegen ist das ganze St. Krap. Oh, der Gegner kann Regener auf sich spammen. Warum auch immer ein Gegner, dass wir schon kann mit Level... Also welcher Dunst ist das ja mit 40, ne? Ja, 50er ist das. 50er, na gut. Da muss ich tatsächlich, wenn wir das Band 3 loben, es hat das bessere Kampfsystem, aber es ist halt nicht schwer, weil, wie gesagt, das 2K3-Kampfsystem ist scheiße. Hast du den Hund gekauft? Das klang gerade hinten so. Okay, da war noch ein Blutwärtschner drin. Okay, also ist der Gegner da in diesem Gang postiert? Das ist ziemlich dämlich. Gehen wir nach oben zuerst, genau. Ja, logischerweise, Steve. Oben gibt es Blut zu finden, hier unten nicht. Ich habe mich halt nur mit so einem Plastiklöffel gekratzt. Yay, na, alles gut, na. Achso, ich habe mich gerade nur unter einen Plastiklöffel gekratzt. Alles klar, das ist auf jeden Fall das Zitat des Parts jetzt schon. An meinem linken Fuß. An... Okay, das ist... Leute, ich glaube, wir sollten das vielleicht mal erwähnen. Eines Tages werden wir auf jeden Fall noch streamen. Und dann müssen wir uns auf jeden Fall ganz fleißig unterstützen, und zwar per Paper, weil Steve muss sich irgendwann mal eine ganz tolle Operation leisten. Das ist ein bisschen so wie in irgendeinem Anime. Steve muss sich eine Operation leisten, die wahrscheinlich irgendwie mindestens 200.000 Euro kosten wird. Ja, und bis er das Geld dafür zusammen hat... Genau, richtig, das wollte Steve gerade sagen. Deswegen, was sollen wir da machen, ne? Ich meine, früher oder später wird das soweit sein. Da wird diese OP notwendig sein. Und dann werden wir auf jeden Fall eure Unterstützung brauchen. Das wäre mega cool, damit Steve auch zukünftig auch EPs aufnehmen kann. Mit seinem Fuß dann vielleicht sogar. Das wäre ziemlich cool. Dann wäre dein Fuß auf jeden Fall... Ja, ja, ja. Das scheint irgendwie das Thema dieses Dungeons zu sein. Das Lustige ist, du kannst das ja simpel unterbinden, ne? Du musst einfach nur an den Eingängen der Geheimgänge kannst du so ein Objekt setzen, ein Event, wo du als Held drüber gehen kannst und NPCs und Co. nicht fertig. Also, das ist wirklich einfach. Also, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es mit dem 2K-Maker möglich ist. Ja, 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 es war möglich. Aber es hat lustigerweise nie ein Spiel gemacht. Also, so gut wie kein Spiel. Ja, warum auch? Das wäre ja irgendwie mehr Aufwand für den Entwickler. Also, das hat auch Margin Sonic gemacht in seinen Spielen. Margin Sonic hat ja auch einfach nur von Marlix kopiert. Also, das ist ja jetzt irgendwie nicht verwunderlich, dass er das da auch getan hat. Da ist ja nicht so eine Folterkammer da oben links. Das ist hier die einzelne Jungfer auch davor, weil es war kein Platz mehr drin gewesen. Die musste rausgeschafft werden. Ich meine, dafür, dass das mal Folterkammern gewesen sind, sind da irgendwie ganz schön wenig Gefangene oder irgendwie Leichen oder sowas. Der Clan hat die natürlich weggemacht. Überhaupt, warum sollte der Clan sowas in seinem Keller haben? Foltert der Clan etwa Leute und warum sollte das denn so extrem riesig sein? Wie gesagt, Marlix hat sich keine Gedanken darüber gemacht, wie irgendwelche Objekte zu platzieren sind. Ich bin ja auch mal gespannt, wie werden wir das noch bei Crimson Realm dann weitergehen wird, weil effektiv haben wir eigentlich bisher noch gar nichts vom Spiel gesehen, außer mal wieder ein extrem aufgeblähtes Intro, ne? Ja. Wie es auch bei Vampires Dawn 2 der Fall war. Ich meine, nach dem Intro damals sozusagen hattest du eigentlich keine Ahnung, was dich erwartet. Das Intro war ja damals die erste Demo zu dem Spiel, oder die einzige Demo. Genau, aber nach der Demo hätte das Spiel eigentlich ein Adventure werden müssen. Falle entschärft, okay, cool. Schlafmittel erhalten, sehr schön. Das werden wir brauchen, wenn wir mit dem Spiel fertig sind. Oh, guck mal, da unten ist Elras eingesperrt. Hallo, Elras? Das finde ich sogar eigentlich ganz cool, der Clan hat sich nicht gefangen. Das ist sogar irgendwie mal Worldbuilding, ne? Ja, das ist tatsächlich cool. Cool wäre es jetzt natürlich noch, wenn wir mit dem Elras interagieren könnten. Ja, eine kleine Quest für uns hätte. Aber so weit wurde dann leider auch wieder nicht gedacht. Ja, zum Beispiel die Quest, dass wir ihn befreien und zu seinen Elras-Brüdern und Schwestern bringen. Wobei, Heil, das wäre übrigens nicht sinnvoll für uns. Nein, aber könnt ihr so etwas sagen wie, ja, ich will aussteigen. Jetzt muss ich trotzdem mal kurz überlegen. Ich meine, an und für sich, wenn wir diese Route gehen würden, dass wir den Clan auslöschen. Ja, und wenn er schon auf die Elras aus, dann wäre ich unten aber ein Elras, den wir niemals besiegen könnten. Richtig. Und weißt du, was ich jetzt mache? Ich gehe jetzt mit der Stegi zu dem Rüder. Ich hätte es nicht gefunden, wenn ich jetzt irgendwie Vampirkriege oder Vampirlord gesprochen hätte. Absolut kein Event. Okay, hier geht es auf jeden Fall auch runter. Ist das ein Dungeon, wo es mehrere Wege nach unten gibt? Oder ein Höllenstab. Das kann man übrigens in einen Begleiter gehen. Das war nämlich ein großes Geheimnis dann. Wir können in den großen Geheimnissen auch, in den ganz allgemeinen Geheimnissen auch Equipment finden. Da kann man dann wahrscheinlich auch diese Verdammnisruhen oder Schattenruhen oder wie auch immer die heißen. Ich glaube, seit ich sie mitbekommen habe, leider nein. Und die sind halt in Truhen immer. Ach so, okay, schade. Um ehrlich zu sein, ist das auch das nervigste Thema. Es gibt halt eine Verdammnisruhe, also früher braucht man diese Verdammnisruhen, um die Verdammnisklinge zu erschaffen. Und die Verdammnisklinge war scheiße. Weil die Verdammnisklinge einfach schlechter ist als das Vampirschwert. Ja. Wir haben 100% recht. Die es hier im Übrigen für nur 8000 Fehler zu kaufen gibt. Also so toll können die gar nicht mehr sein. Oder aber das Spiel wäre einfach nur super freundlich zu sein, weil das Geld bei den Stingen in dem Spiel ohnehin schon extrem derben lutscht. Wobei ich sagen muss, es wurde im Vergleich zum originalen Vampires Zone 2 schon wesentlich aufgebessert. Also die Söldner... Ich meine, wie viel haben die Söldner im Original gekostet? Die haben doch mittlerweile schon irgendwie 10.000 Fehler pro Söldner gekostet. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das wirklich geändert wurde. Aber es ist halt so, durch mehr Zeug hat man halt mehr Geld sozusagen. Also meiner Meinung nach hätte es dem Spiel gut getan, wenn man die Söldnerpreissteigerung so nicht gemerkt hätte. Und natürlich auch, was an dem World-Encounter geändert hätte. Also ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe einfach mal gegen einen World-Map-Encounter gespielt. Und habe das einmal ohne Vampirwaffen und mit Vampirwaffen getestet und fand es mit den Vampirwaffen nervig. Oh nein, Leute, es geht wieder los. Elras-Magier mit Polo-Trigger-Chipsets. Weißt du, was das Schlimmste noch ist? Weihnacht ist im Vergleich hier zu Teil 3 noch keine Pussy. Im Vergleich. Weißt du, was das Schlimmste ist? Ich weiß nicht mehr, wie in welcher Elras gehört hat. War Kadar. Kadar war ja der, der in Jaina gesteckt hat. Das war Deiner, ne? Genau. Kadar war Deiner. Okay. Wobei der Hauptjahrsichtumme heute hinbekommt. Das war auf jeden Fall eine alte Machtstimme. Ja. Das Kaldrium ist also bereit zur Verarbeitung. Oh Gott, das war auf jeden Fall meine. Ja. Wir haben genug davon aus den Lieden geholt und es wurde bereits von den Magiern magisch behandelt. Was sonst sollten wir eigentlich tun? Wir können das also jetzt zur magischen Steintafel weiterverarbeiten. Oh Mann. Ervorragend. Das wird das Ende dieses Krieges bedeuten. Nein, 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 nein. Dieses magischen Krieges. Genau, genau. Und den magischen Anfang unserer unentgeschränkten magischen Herrschaft über diese magische Welt. Genau, ab jetzt setzen die Elras vor jedes Substantiv magisch. Ah, der magische Moloch. Ich sollte die anderen noch mal lieber zu deinem geben. Genau, genau, genau. Katar! Magischer Katar! Wir haben ihn! Mit Magie! Wir haben den magischen Ustra in der magischen Falle! Seine magische Pyramide ist entdeckt! Er versteckt sich dort drin! Was für ein glorreicher, glorreicher magischer Tag! Wir brauchen nicht einmal diese magische Steintafel! Wir vernichten den magischen Ustra direkt in seiner magischen Pyramide! Das fand ich aber interessant. Bisher wurde die Steintafel wirklich immer magische Steintafel genannt. Aber ausgerechnet jetzt tun es die Elras nicht. Wer hat diesen magischen Wurm zerquetscht? Macht die magischen Magier bereit! Die magischen Magier finde ich auf jeden Fall richtig gut. Dies ist die letzte Schlacht der Elras! Der magischen Elras! Dies ist unser magischer Sieg! Nicht total, nur magisch! Und wieder diese merkwürdigen Gedanken von den Elras! Du meinst magische Elras, Walner? Äh, Asker! Ich weiß nicht, ob ich froh oder magisch frustriert darüber bin, dass ich es nicht gesehen habe! Alles okay, Walner? Magischer Walner, bitte! Ich werde noch verrückt! Warum ich? Was hat das zu bedeuten? Ich verstehe das nicht! Diese magischen Bruchstücke müssen einen sehr merkwürdigen magischen Einfluss auf dich ausüben! Ähm, was es auch ist, wir werden eine Heilung dafür finden! Magisch! Ich hoffe es! Ne, Kleinigkeit! Das ist jetzt vielleicht ein bisschen nitpicking, aber... Ähm, ja... Auch dieser Ausdruck, alles okay! Also, okay ist eigentlich so ein Ausdruck, der eigentlich in so eine Welt nicht reinpasst! Ja gut, ich denke aber, das hatten wir wahrscheinlich schon ziemlich oft und abgesehen davon ist okay ja sowieso ein bisschen schwierig, weil... Ich meine, was bedeutet das eigentlich? Das ist ja dann... Ich finde das auch immer komisch, wenn das irgendwie ausgeschrieben dasteht... Also, ich bin der Meinung, dass eigentlich... Also, ich habe es ja noch nie... Guck mal, die haben große Augenbälle im Gefängnis und irgendwelche komischen Clowns! Also, ich... Angriff der Ritter auf Burg Vares! Nein, wir haben noch nicht gespeichert zwischendurch, oder? Ich glaube, wir haben vor der Sequenz gespeichert! Ich hoffe! Ja, das schaffen wir auf jeden Fall nicht! Ich versuch's mal! Ich meine, mehr als verlieren können wir ja nicht! Los Leute, Daumen drücken für den RNG! Ich glaube, es... Es tut mir leid, aber dein Skill reicht jetzt einfach nicht aus für diesen Morgen haben zu schaffen! Ich glaube, ich habe zumindest auf der Ebene gespeichert, aber ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher! Okay... Dann uns! Jaaa... RNG! 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 Magische RNG! RNG! Magische RNG! Magische RNG! 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 Oh Gott, nein! Nein! Leute, legt euch doch mal ins Zeug hier! Das kommt schon! Ja, sehr schön! Jaaa... Nein! Junge! Lass dich doch nicht Zweiteilen hier! Geh doch einfach nur oben nach dem drauf! Jaaa! Warum könnt ihr nicht einfach mal alle drei auf den Dude draufgehen? Ach Gott! RNG! 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 Oh Gott, das war so fucking krass! Verdammte Scheiße! Was ist das? Was ist das? Sonst sind wir gerade... Sonst sind wir gerade... Elf! Elf! Selten wir verloren haben! Weißt du, das Gute ist aber, dass wir uns jetzt wenigstens eine verdammt lange magische Zeit in Ruhe lassen. Jaaa! Und das finde ich einfach mal verdammt magisch gut, okay? Warum setze ich jetzt eigentlich überhaupt schon vor jedes Wort magisch? Das ist... Blut-Elixier halten! Yay! Da sind noch mehr wandelnde Seelen? Ja! Wir sollten dann auf jeden Fall mal... Oder wir können ja zwischen diesem und dem nächsten Part nochmal nachgucken, wie die Seelen wir haben. Aber ich meine, was die Leute natürlich auch in den Kommentaren schreiben, ist, dass wir unbedingt neue Fähigkeiten erlernen müssen und... Und das tun wir regelmäßig! Das tun wir auch regelmäßig, sobald wir eben die entsprechende Anzahl Seelen dafür haben. Ja! Genau! Mittlerweile haben wir das entsprechende Level, dass wir das auch können. Wir hatten neun gehabt, ich hätte vorher nachgeschaut gehabt, weil das nächste zu machen müssen ist für Borgencamp für die sozusagen das zu erhöhen. Neun, okay. Sicher Borgencamp, ja? Haben wir die restlichen guten Sachen alle schon? Wir haben halt die wichtigen Sachen mit Geheimnis gefunden schon. Wir haben... Also Geheimnis zu finden. Wir haben Schlösser knacken komplett. Ähm... Und wir haben Geheimnis zu finden, Geheimgänge, Schlösser knacken und Fallen. Das haben wir gemacht, sozusagen. Okay, alles klar. Ich würde aber vorschlagen, wir werden dann einfach zwischen den Videos nochmal nachschauen und dann einfach im nächsten Part gucken, ob wir dann direkt irgendwas erlernen. Bis dahin würden wir uns auf jeden Fall wie immer über ganz viele nette Kommentare und ganz viele magische Daumen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal hier bei VampireStone 2, äh... Everlasting Blatt mit eurem Desperretto und... Euer MDSD Steve! Tschö tschö!